Die Besucher der Holzfohren sehen großflächige Muster von verschiedensten Hölzern. Der Kunde kann ja 37 verschiedene Terrassenbeläge betrachten, anfassen und ausprobieren. Die Modifizierte Hölzer, einheimische Hölzer, exotische Hölzer oder auch die gesamte Produktpalette von OPM. OPM-Terrassentielen fallen unter die Kategorie WPC, Wood Plastic Composite. Wir haben hier das WPC-Unterkonstruktionsprofil, das Aluprofil für den Deck dazwischen, die Trittstufe mit dem Hohlkammer-System und die verschiedensten Farben der Profi 150-Reihe. Wir haben hier die Farbe Silbergrün im Profi-Deck 150-System mit Hohlkammer-Profil. Das wird mit Clips verlegt, die dann direkt auf das Alu-Rail oder auf das OPM-WPC-Unterkonstruktion geschraubt werden. Die Stufe wird vorne dran geklipst und kann mit diesen Aluprofilen noch verfestigt werden. OPM ist für uns insofern interessant, da es eine gesamtheitliche Lösung von Terrassenlager bis hin zur Diele bis hin zur Trittstufe bietet. Das war's für uns in der Nähe.